Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Schnurrbart-Ebru. Hallo! Willst du dich als nächstes Schnurrbart-Lei nennen? Das würde ja auch passen. Yay! So, es gibt ein neues Hype-Spiel, was uns hier erwartet. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob das wirklich cool ist. Auf jeden Fall haben das gerade 50.000 Leute gespielt. Also schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir haben ein Tutorial am Start. Das absolvieren wir. Wir sollen hier klicken. Ah, okay. Das heißt, wir bauen jetzt hier dieses Geschenk ab. Also öffnen das Geschenk. Und da haben wir Geld bekommen. Okay, das haben wir eingesammelt. Damit haben wir die erste Quest erledigt. Und wir haben... Ah, wir haben hier einen Hut freigeschaltet. Alter, Ebu, guck mal! Boah, das ist cool! Das ist auf jeden Fall geiler als dein Hut. Ja, ach Mann! Okay, man kann drei Hüte auf jeden Fall. Aber auch drei Pets. Drei Pets und drei Hüte gleichzeitig. Die kann man auch enchanten. Äh, das geht erst in der nächsten Arena, steht da. Dazu brauchen wir 1.000 Coins. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum wir 30.000 Gems haben. Äh, ich glaub, das Spiel hatte grad technische Probleme. Und ich glaub, der Server-Admin hat uns das geschenkt. Als Entschädigung. Glaub ich jedenfalls. Weil 30.000 klingt ziemlich viel. Weil guck mal, das ist ja mehr als das... Hey, guck mal, da müsste man 100 Euro für bezahlen. Also der hat uns quasi 100 Euro geschenkt. So indirekt. Oh, das ist aber nett. Ja, also, naja gut, ne? Hat der nur gemacht, damit er kein Disslag da lasst. Okay, ähm, wir haben 70 Coins. Wir schauen mal, wie teuer die Waffen sind. Und während ich hier hinlaufe, ja, möchte ich, dass ihr mal ganz kräftig ein Like abgebt, Leute. Das wär sehr korrekt. Abonniert direkt auch kostenlos, wenn ihr schon dabei seid. Und wir. Alter, die sind mega teuer, Jibo. Hör mir auf, du. Hör mir auf, sind die teuer. Okay, die Frage ist, sind das alle Waffen oder kommen in den nächsten Dimensionen andere Waffen dazu? Das ist eine gute Frage. Und hier gibt's auf jeden Fall, warte mal, es gibt Schloss, dann Sand, Königreich, okay, verlassene Villa, Future, Piraten. Sind das Special-Dinger? Lass mal, okay, das sind dann anscheinend die nächsten Dimensionen. Okay. Und wo bekommt man Pets? Ich glaub, er ist in den nächsten Dimensionen, oder? Das kann sein. Und die Hüte kriegt man random aus den Geschenken aus, wenn man Glück hat. Ah, jetzt haben wir genug Cash zusammen und jetzt führt uns das Tutorial bis zu den Waffen. Wir können hier auch gucken. Alter, du hast den Schnurrbart, der ist selten, ne? Ja, ich weiß auch nicht wie. Meins ist nur gewöhnlich, Alter. Ah, guck mal, man kann, wow, yo, man kann in jeder Dimension andere Sachen finden. Und die werden halt immer heftiger. Hier Seltenheit, Fragezeichen, Alter. Oh, das ist ein Legendary. Ne, Legendary gibt's ja, das ist noch krasser. Ja, noch krasser, boah. Warte, es gibt Legendary, danach kommt Godly und danach kommt Fragezeichen. Oh. Also, das scheint ziemlich heftig zu sein. Okay. Na, wir haben jetzt auf jeden Fall den Hammer gekauft. Der scheint jetzt, den Holzhammer scheint ein bisschen heftiger zu sein. Wir müssen jetzt 1000 Coins farmen. Ja, die hat man, eine größere Range wäre ganz praktisch. Da müsste man nicht so viel laufen. No, ich hab ne Gitarre, Alter. Kannst du die aufsetzen? Das ist ein Hut, glaube ich. Ah, dann trage ich die so hinten. Oh, Stageprop. Ich hab ein Hut, hä? Also, ich hab ne Gitarre grad bekommen. Boah. Also, meine gibt plus 2,3. Ja, ich hab's auch bekommen, aber ich hab ein Schwert bekommen. Alter, das ist mit Abstand mein Bestes. Was, aber schon ein Hut, ne? Und jetzt? Ja, ja. Ein Hut. Ein Hutschwert. Das steckt in meinem Kopf. Ja, ne? Hä, aber das, wie viel Bonus gibt eins? Äh, mal 2,3, glaube ich. Ah, wie meins? Ja, ja. Ne, plus 2,3, ja. Ah, okay, okay. So, mal sehen, wann man haust hier. Oh, ich hab noch nen Hut. Das ist der, den du hast, die Wintermütze. Wie gut ist die? Jo, die ist auch OP. Ist die? Okay, ähm. Ja, gut, die Haare würde ich jetzt, warte, wenn ich die Haare wegmache, hab ich da ne Glatze? Äh, 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 ja gut, passt schon, Leute. Das ist sehendes, ne, nicht so das rechte Haar. Ich hab ja die Mütze jetzt. Gott, ihr seht mir mein Kopf aus. Ich hab übrigens den Kegelschädel, Alter. Oh, ich hab noch mal den. Ah, warte mal, ist das jetzt im Level gestiegen, weil ich's doppelt gefunden hab? Ah, jetzt hab ich's einmal Level 2. Die Frage ist, war das jetzt Zufall, dass es Level 2 war? Oder ist das Level 2 gewesen, weil ich's doppelt gefunden hab? 1000 HP. Hier gibt's ein Special-Geschenk. Ja. Warte mal, warte mal, haben wir hier Collection. Okay, ich hab das drittseltenste. Also, es gibt zwei selten, ne? Die hab ich aber beide nicht, blöderweise. Das ist einmal nämlich der Schnurrbart und einmal so ein Hasenkopf oder so ist das. Alter. Zack, zack, zack. Jo, der eine hat das geklaut. Zack. Oh, ich hab ein Abzeichen halt. Geil. Okay. Ja, ich hab fast 1000. Du hast schon 1000 zusammen, ne? Ja. Yay. Hä, wo? Ist da grad das doch... Ich hab mal den Charm. Ui. Alter, ich seh's ja da. Okay. Wir müssen uns auch 1000 verdienen. Ah, okay. Nee, die Hüte steigen auch im Level. Level 5. Ich hab ein Level 5 Ding da grad bekommen. Aus dem Special Geschenk. Alter, der ist übel OP. Equip. Alter, jetzt wird richtig abgecashed erstmal. Oh, noch mal ne Gitarre. Aber das können wir ja testen, ne? Das jetzt... Nee, das ist nämlich Level 1 jetzt. Okay, ist tatsächlich random. Wir gehen zu dem dicken Geschenk hier und stauben das ab. Oh, ich kam zu spät, Leute. Und wir haben 1000 zusammen. Let's go, Leute. Ja, weil ich würd ja gern meine... Ne Coin Chest. Let's go. Oh, da gehen wir direkt mal hin. Die Frage ist... Ah, okay. Der führt uns... Ja, wir machen erstmal das Tutorial weiter. Die Frage ist natürlich jetzt... Für was können wir die Gems zum Enchanten? Ähm, weiß nicht. Ich probier's mal aus. Aber ich tippe mal auf Tiere auch. Bin jetzt bei dem. Okay, wir können Enchanten. Ich nehm mal mein bestes Item, was ich hab. Enchant. Ey, was ist jetzt passiert? Hörst du einfach verschwunden? Ach so, Apply. Apply? Ey, was ist jetzt passiert? Ja, die hätten das vielleicht doch mal erklären können. Ah, here you can merge. Ah, du kannst Hüte zu XP machen. Oh. Also, wenn ich jetzt das Level 1er nehme und ich enchante. Select the heads that you want to convert to XP. Ah, okay. Das heißt, ich wähle das zuerst auf, was ich aufwerten will. Und dann die, die ich löschen will. Ah, ja, 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 ja. Das ist cool. Ah, okay. Got it. Ja gut, alle Leute. Ich brauch die ja nicht. Apply. Geil. Level 6 hab ich jetzt eins. Boah, krass. Okay, Leute. Let's go. Zack. Ah, die halten schon hier mehr aus. Man muss auch... Jo, was? Ach so, ist nur common. Hä, lass mal gucken. Aber immerhin, der ist aber bestimmt ziemlich krass. Der ist jetzt aus der zweiten Dimension. Alter, der ist übel OP. Der ist so FT-OP. Direkt mal ausrüsten die Bude. So, wusste ich mir das... Okay, der Coins du brauchst fürs nächste Level... 85.000. Ja gut, wir wissen ja nicht, wie viel die Coinschests gibt, ne? Oh, da kriegst du 1000. Ich hab eben grad ausprobiert. Ja, warte, ich hol die ab. Vielleicht krieg ich mehr. Ja, du kannst die Hüte natürlich jetzt dick enchanten. Das macht, glaub ich, schon eine Menge aus. Stimmt. Durch die Hüte kriegst du ja mehr Coins raus. Und immer schön die Quest machen, wobei sie richtig lohnt. Na doch, lohnt sich schon. Ich hab jetzt schon 1000 wieder zusammen. Das ging überschnell. Ja. Ja, ich krieg viel mehr als 1000, Evo. Viel mehr. Ja, ich hatte eben auch schlechte Hüte noch. Ja, ich krieg viel mehr. Ah, der kann die Münzen nicht klauen, glaub ich. Hä, weißt du, wie viel ich gekriegt hab? Wie viel denn? Äh, 9000. Oh. Wie bitte was? Jo. Oh, das ist gut. Oh, ich hab den Hut. Oh mein Gott. Alter, ich hab einen seltenen, Ebro. Ich hab den dritten seltenen. Guck mal, was ich habe. Weißt du, was der mir gibt? Der ist ein Level 7er. Der gibt mir plus 10,3 und mal 1,03. Ach, Ebro, ich hab plus 12,4. Was? Das ist ein seltener. Der hab ich grad bekommen. Hier, guck mal. Tavi. Was ist mit mir los? Das sieht sehr abstrus aus. 76.000. Okay, wir brauchen nicht mehr so viel. Noch 9.000 ungefähr. Das kriegt man mit einem dicken Geschenk ja eigentlich zusammen. Oh, Alter, genau vor meinen Augen. Ha. Glück muss man haben. Jetzt hoffe ich nur, dass mir das keiner abstaubt. Okay, komm. Alter, ich krieg... Oh, nein, da ist schon der Erste da, ey. Ich krieg jetzt halt auch pro Erfolg 1.800 schon, ne? Das ist halt heftig. Ich muss echt krass durchdrücken. Ja. Die anderen beiden bringen nichts. Die sind egal. Aber der, Alter. Okay. Und wir haben es. Kein Hut. Okay. Aber wir haben das nächste Gebiet. War doch gut teuer, Alter. Oh, da rechts. Mal schauen. Jetzt müsste es ja Haustiere geben, oder? Mal schauen. Wir kaufen das, ja. Tada. 2,4 Millionen kostet das nächste einfach. Was? Ja, alles klar. Ah, hier gibt es Haustiere, glaube ich. Warte, wir holen uns nochmal das ein. Warte, lass mich mal gucken. Es gibt eins für 300, für 100, für 3000. Oh, da kaufe ich mit. Gems? Hab ja genug. Ja, ja, Gems. Okay. Das gibt mega selten. Okay, wir kaufen das. Gib mir ein Seltenes. Selten. Ist sogar wirklich selten. Aber ist leider, also, ja, ist halt 3, 4, 5. Ist halt Platz 6. Von 7. Also ist ja jetzt nicht so geil. Okay, machen wir weiter. Komm, da muss was Besseres noch rauskommen. Oh, jetzt habe ich das Schlechteste. Mann. Komm, weiter, 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 weiter. Und? Nochmal selten. Ey, Mann. Sollst du mal gucken, was die überhaupt geben? Plus 12? Aber da ist ein Stern. Was bedeutet das? Plus 12 Stern. Hm. Ja, wahrscheinlich dann Kolo, oder? Weiß ich nicht. Das werden wir gleich herausfinden. Okay, die Sache ist, wir haben ja eh einen Haufen Gems. Da können wir ruhig noch ein bisschen rausballern. Aber vielleicht sollten wir auch sparen, falls später noch andere kommen. Weil ich glaube, hier kommen eh irgendwie keine. So, ich habe jetzt kommen. Nochmal, wenn jetzt nochmal der kommt. Ja, man kriegt die hier immer, ey. Das war ja beschiss. Mann, 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 ey. Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Ja, wir haben hier noch ein paar Hüte. Die könnten wir noch zum Enchanten usen. Wobei, es lohnt sich jetzt gar nicht. Ich werde ja jetzt eh Hüte hier wieder rauskriegen, die eh wieder besser sind. Also warten wir erst mal lieber. So, wir bauen den. Ah, jetzt, ich brauche langsam eine bessere Waffe, Evo. Ah, ja, ja, ja. Ich kann doch die Kiste neu einsammeln. Ich kann doch die Kiste neu einsammeln. Oh, stimmt. Okay. Vielleicht das auch? Also, ich habe ja noch ein bisschen Kohle. Ich sage, wir ballern einfach alles raus hier noch. Vielleicht kriegen wir noch ein besseres Haustier, damit wir nochmal aus der Kiste den optimalen Boost rausbekommen. Okay, das war der Elefant. Das war ein Reinfall. Komm jetzt hier, gib mir was Geiles, ey. Ja, das war nochmal der Elefant. Danke. Und meine letzten Kröten gehen für... Ah, Legendary Red Dragon. Jawohl. Ah, nice. Fürs Ende nochmal nicer. Okay. Den anequippen wir, den equippen wir. Und jetzt entscheiden wir. Ja, teleportier mich bitte. Dankeschön. Den... Oh, oh, oh. Platt. Jawohl. Bitte. Entschadet. Du wirst so viel Geld bekommen. Okay, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Oh, das will ich sehen. Ich hörst du. Alter, sind hier viele auf dem Server. Also, ich habe gerade 2,5 Millionen bekommen dafür. Alter, was? Ja, ich habe ein bisschen mehr gekriegt als du. Ja, wahrscheinlich. Nein, die 520 Millionen. Ich habe 500 Millionen bekommen. Ungefähr. Hä? Die geben doch einen Geldboost, glaube ich, die Hüte. Das kann ja sonst gar nicht anders sein. Das ist krass. Deine Haustiere sind ja auch gut. Das kann nicht stimmen, Ivo. Das ist hier komisch. Ich glaube, die Hüte geben doch einen Boost. Ja, moin. Direkt hier mal durchgekauft. Zack, für 90 Millionen ist ja ein Schnapper. Ohne Gem-Kiste. Man kann nichts für kaufen. Das ist natürlich ärgerlich. Vielleicht kann man später krasse Pads holen. Alter, das gibt hier den Gem-Boost. Na, gar nicht so viel, leider. Er geht. 11.000, ne? Okay, das ist die... Also, die nächste Dimension ist die letzte Dimension. Hä? Da gibt es aber nichts. Da gibt es nichts. Vielleicht hat er noch nichts zu Ende gebaut. Ah, doch, 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 das ist ein Pad. Aber ich weiß nicht, ob das ein richtiges Pad ist oder ob man das halt für Geld kaufen muss, weißt du? Das war ziemlich nice, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr es auch krass fandet, dass wir so viel aus der Truhe jetzt am Ende noch bekommen haben. Abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr schon dabei seid, ja? Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzon. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.